Ich glaub, der macht Lichtzeichnen. Was war das, Digga? Digga, ich krieg immer Gänsehaut. Ich krieg Herzkasper. Ist wirklich so, Digga. Digga, ich trau mich gar nicht, mich zu bewegen. Ich hab irgendwas aufgemacht. Yo, Leute, was geht ab? Willkommen zum zweiten Teil von diesem Horror-Game. Den ersten Part hab ich leider verpeilt aufzunehmen. Mein Mod hat's Gott sei Dank gemacht. Deswegen wundert euch nicht, wenn der erste ohne Facecam ist. Ohne mit schlechter Audio. Und nur aus seiner Sicht. Jetzt wieder back. Professionell. Willkommen zum zweiten Teil. Die Mädchen, Digga, das wird jetzt einfach ein Roblox-Kanal. Händen steht da jemand, oder? Ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall Licht. Türkees, oder blau, oder? Das ist das Ende. Oh mein Gott. Wir haben den Ausgang gefunden. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Nein, Spaß. Digga, kurzes Video. Ab hier kenn ich's gar nicht mehr. Ab hier kenn ich's nicht mehr. Red Screen. Red Screen. Die Mucke. You are safe here. Ah, ich hab eine. Wo? Irgendwo, Digga. Gute Frage. Ja. Ja. Rann, 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 rann. Orange. Orange. Screen. Mach, mach, mach. Oder Yellow Screen. Ist hier einfach nur deine Hände, Digga. Yellow Screen. Pink. Pink hier unten. Boah, Digga. Boah, Digga. Boah, ho, 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 ho. Digga. Wer hat denn diese Fliesen gelegt? Weg, jetzt gibt's wieder Monster. Es ist kalt hier. Wir sind im Untergrund. Wohin, 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 wohin? Lass mich raus, Fold. Wir sind im Untergrund, Digga. Die Mucke ist aber immer noch so, nur langsamer. Sind wir in der U-Bahn, oder? Scheiße. Was sind wir? Digga, wo muss man denn hin? Irgendwie sieht's hier richtig aus, weil hier die Schilder sind. Jetzt nach links. Jetzt nach rechts. Ja, 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 hier ist ein Tor. Hier ist ein Tor. Was sind, was sind das? Ha! Digga. Oha. Guck die mal nicht an, guck mal nicht an. Guck mal weg. Nee, näher kommen sie nicht. Ich glaub, das soll uns den Tipp geben, wir müssen um Ecken. Wir müssen kurz gucken, ob da was ist. Kann man um die Ecken lunzen? Ja. Dark blue screen. Ne, black screen. Bro, was ist ein dunkelblau? Was heißt ein dunkelblau? Dark blue, oder? Blue. Einfach blue. Das ist blau. Und das hier ist grey screen. Ja, grey screen. Und diese Fliesen, Digga. Hä? Und die Fahrschultür auch. Digga. Das ist dunkel. Digga, ist dunkel. Hallo? Digga, ist dunkel. Hallo? Und move. Wenn die Augen kommen, dürfen wir uns nicht bewegen. Ich glaub, der macht Lichtzeichnen. Was war das, Digga? Hast dich bewegt? Was war das? Du darfst dich nicht bewegen. Ich dachte, Digga, Augen hier, das Ding, was wir vorhin gesehen haben, nicht diesen weißen. Auch, dachte ich auch, da waren die Augen aufgemalt. Nicht der Wichser. Wo bist du? Weiter gerannt. Oh. Du weißt nicht, wie durch ich mich erschrocken hab. Digga, meine Fresse, ne. Digga, er kam schon wieder. Ich hab meine Maus fast vom Tisch rutschen lassen. Ich fass meine Maus jetzt nicht mehr an. Ich bewege mich jetzt nur noch mit Pfeiltasten. Digga, diese... Diese Spiele machen mich kaputt. Digga! Digga, ich krieg immer Gänsehaut. Ich krieg Herzkasper. Ist wirklich so, Digga. Ist wirklich so. Immer wenn der Typ kommt. Ich glaub, er will uns umarmen, aber Digga, ja, ne. Ich hab was gefunden. Wo bist du denn? Welche Richtung bist du? Weiß ich nicht. Von dem langen Gang, welche Richtung? Ne, weiß ich nicht. Ich bin irgendwo lang. This is how you got here. Do you remember? Digga, ich trau mich gar nicht zu be... mich zu bewegen. Ich hab irgendwas aufgemacht. Digga, dieser Hundesohn. True. True. Fühl ich. Ich hab irgendwas aufgemacht. Irgendein Tor. Such mal ein Tor. Ich hab irgendein Tor aufgemacht. Ah, meine Tür ist aufgegangen. Ja. Maybe die. Bei mir ist auch ne Tür aufgegangen. Vielleicht ist das die, wo du gerade bist. Also wenn drei Pfeile drüber sind? Ja, ja. Dann bin ich jetzt bei dir gleich. Ich bin dann rechts um die Ecke. Steh ich hier. Moin. Hier geht's nicht lange. Fahrstuhl. Nein, Digga. Warte, warte, warte. Er steht vor mir. Komm mir auch. Komm her, komm her, komm her. Verpüßtel. Digga, der Wichser war schlimm. Der war schlimm, Alter. Oh mein Gott, Herz Kasper. Hey, ich hab ne Taschenlampe. Mit F. Mit F. Wir hatten die ganze Zeit ne Taschenlampe. Ja. Oh, Schwimmbad. Mashallah. Guck dir diese Fliesen an, Digga. Nicht ins Wasser. Das sieht bisschen komisch aus. Nimm mal Taschenlampe, Digga. Du hast einfach gar keinen Körper. Safe. Safe. Hier die Tür, Digga. Ja. Sechs Stück noch. Okay, wir trennen uns. Sechs Schlüssel müssen wir suchen. Ich hab noch einen. Guck auf den Bänken auch nach, da können die auch liegen. Habe einen. Okay, dann nur noch drei. Habe auch einen, noch zwei. Habe noch einen, nur noch einer. Habe alle, habe alle, habe alle. Nice, nice, nice. Da kommt dann ein Loch Ness oder was. Ja. Hey, wir brauchen noch vier. Hast du nicht noch einen? Ne. Dann fehlt uns noch einer. Scheiße, Digga. Arschritze. Oh oh. Ja. Ja. Digga, was ist da passiert? Einfach falsch rum. Rainbow Screen. Nice. Die Decke, voll mit Vlies. Hör, wie siehst du aus? Dort ist kein Skin. Oh. Was ist das hier? Backstein-Screen oder? Ja, Backstein-Screen. Nice. Hattest du vor eigentlich Pen zu geben? Ist wirklich so. Oh nein. Hä? Ich bin zurück in der Realität. Haben wir es geschafft? Bist du? Keine je. Ich bin bei den Greenscreens hier. Guck mal, was sie hingestellt haben, Digga. Digga. Stimmt. Wir sind aber richtig. Der Direktor. Cardi? Hm? Cardi? Du warst richtig. Ja, Greenscreen. Oh oh. Oh 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 oh. Oh mein Gott. Der Stuhl. Gänsehaut schon wieder, Digga. Oh nein. Jumpscare. Doch nicht. Digga. End of Episode 1. Leute, es ist einfach 0 Uhr 8. Es ist 0 Uhr 8. Es ist 0 Uhr 8. Ich hab Arbeit. Morgen. Ich auch. Nein, aber nicht ab 7 Uhr 30. Du wirst mal. Ja, ja, ich kann länger schlafen. Ja. Nein, was? Ja, wir spielen von vorne. Nee, wirklich. Nein, wir müssen weg. Nein, wir müssen weg. Oh mein Gott. Nein, 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 nicht jetzt. Nein, dann war es das, Leute. Okay, Leute, das war es für heute mit dem Video. Hat es euch gefallen? Lass ihn da. Wollt ihr weiter Horror-Games sehen lassen? Lass ihn da. Oder wir spielen das nächste Mal wieder. Möchtest du noch was sagen? Nee, ich gehe jetzt fett pennen. Okay, er geht jetzt pennen. Ich fange vielleicht noch ein Video an zu schneiden oder gehe auch pennen. Keine Ahnung, wie ich Lust habe. Wir sehen uns. Haut rein und tschüss. Tschüss. Tschüss.